Danke, dass ihr euch mein letztes Video erst mal von diesem Kanal aus anseht. Aus Zeitgründen und weil ich auch das Bedürfnis habe, euch einmal pro Woche mindestens ein Video zu präsentieren, tue ich mich mit zwei YouTubern zusammen, die auch schon einen Kanal haben. Und weil halt der YouTuber auch schon mehr Abonnenten hat, werden wir von seinem Kanal auswählen. Daher möchte ich euch ganz herzlich den Bofi vorstellen. Servus Leute, ich bin der Bofi, ja, in Zukunft werde ich zusammen mit dem Kreatiesel und Bombe Videos hochladen, einige kennt vielleicht meinen Kanal schon, ich stelle euch den Geschwind nochmal vor, der neue Kanal heißt jetzt nicht mehr M-Bofi, der heißt jetzt C-BB-Schlosskonflikt, C steht für Kreatiesel, die BB stehen für Bofi und Bombe, unter anderem werdet ihr demnächst auf diesem Kanal finden. Sneak Peaks werden wir zukünftig hochladen, wir werden weiterhin Heldentests Best-of-Videos machen. Zudem werden wir wahrscheinlich noch einen Taiwan-Account hochziehen, um einfach euch schnellstmöglich über die Sneak Peaks zu informieren und die Ersten zu sein, die euch mit den neuen Informationen, ähm, ja, die euch die neuen Informationen bringen. Äh, Kate, willst du noch was sagen? Ja, ich bedanke mich für die vielen Abonnenten, ich hab überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich wirklich sagen, dass ich innerhalb von einer Woche so viele Abonnenten finde mit meinen drei Videos. Herzlichen Dank dafür und ich hoffe, ihr bleibt mir und unserem neuen Kanal treu. Tschüss. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao.